Wir versuchen ja so lange es geht, selbst im Winter ohne Schuhe zu fahren, weil es ist einfach sobald man mit Schuhe fährt, nicht schlafen. Das ist wie Autofahren mit Boxhandschuhen. Du hast viel weniger Gefühl, du hast nicht so einen schönen Absprung, bist weniger mit dem Board connected. Und da ist so eine gute Hilfe die Socken. Weil sie halten warm, natürlich nicht so warm wie Schuhe, aber du hast in diesem Vorteil, dass du wahnsinnig viel Gefühl hast und dadurch wirklich diese Schuhe, die Zeit, wo du Schuhe anziehen musst, sehr, sehr, sehr weit raus zögern kannst. Fasten für alle sind nicht teuer. Muss man gleich dazu sagen, Neoprensocken halten einfach per se nicht so lang. Wenn man zum Beispiel am Schott unterwegs ist, dann ist halt meistens irgendwann die Ferse da durch. Aber wir haben unsere immer eine Saison lang einen ganzen Winter, ein ganzes Jahr und das halten sie locker aus. Wenn man vielleicht ein bisschen drauf aufpasst, würden sie länger halten. Bei uns ist es halt einfach ein Jahr. Gutes Style würde ich jedem empfehlen. Schützt die Füße und hält wahr.